Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Heute darfst du dich auch wieder hineinfühlen. Welches ist deine Tagesbestimmungskarte am Ende des Orakels? Für diesen Tag werden wir auflösen. Fühl dich also gut hinein während des Orakels oder vielleicht auch jetzt schon spontan hineinfühlen. Das erste Bauchgefühl erhören und nach dem Schnelldurchlauf geht es auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch mal schauen, was der Tag dir zu sagen hat. Heute legen wir unsere Lennys mal hier mittig und schauen in die erste Botschaft hinein. Und da haben wir Siridhwain und Baldwin. Sieh die Wunder um dich herum und ehre diese Inkarnation. Das Hier und Jetzt ist die Bühne, auf der du dir selbst begegnest und dich lieben lernst. Und da haben wir den Park mit dabei. Ja, sich selbst lieben lernen in der Schnelligkeit der heutigen modernen Welt ist nicht immer ganz einfach. Es geht einfach darauf, dass du ein bisschen darauf achtest, nicht nur diese kritischen Felder bei dir zu betrachten, sondern ganz klar auch für dich in den Schein der Selbstliebe zu kommen und nicht nur auf Social Media oder so festhängen. Dass du dir in deinem Bewusstsein einfach die stärkere Energie zusprichst, dass du auch weißt, du bist jemand, dass du dich nicht diskreditieren lässt, dass du auch bei Diskussionen nicht an deinen Plänen zweifelst, sondern dass du sie verfeinern kannst und einfach so in die Eigenermächtigung kommst. Ja, du begegnest dir im Hier und Jetzt nämlich mit so einer hohen Spiegelkunst, weil du natürlich auch wachsen möchtest. Und dieses Wachstum kann einfach nur funktionieren und geschehen, wenn du auch bereit bist, dann hier Veränderungen herbeizuführen. Ashtar, Sheran und Tourobo haben wir da mit dabei. Freundschaft benötigt Zuwendung, Achtsamkeit und Harmonie. Pflege sie. Sie ist etwas sehr Wertvolles. Verliere deine Freunde nicht aus den Augen. Und da haben wir die Entscheidungskarte, die Wege. Das ist ein ganz, ganz großes Thema bei dir. Freundschaften. Wann gibst du zu viel? Wann gibst du zu wenig? Wie kannst du hier wirklich in den Ausgleich gehen? Was ist denn dein Verlangen überhaupt bei Freundschaften? Sind die Freundschaften alle auf Augenhöhe? In der Zeit sind schon sehr, sehr viele Fragen, die deinen Kopf so ein bisschen belästigen. Aber du musst etwas für dich entscheiden. Und dieses für dich entscheiden zeigt dir eben auf, dass in deiner Hier und Jetzt Situation du auf jeden Fall spüren wirst, dass alles wachsen wird, wenn du bereit bist, das wachsen zu lassen. Auch Freundschaften, auch Freundschaften, daraus auch dann Dankbarkeit erhalten. Ja, wenn du das Gefühl hattest, dass die Freunde um dich herum immer wieder, ja, dich nur als Nutztier, kann man schon fast sagen, gesehen haben. So, hier geht es um Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe, aber natürlich auch den Blickwinkel, den ich ein wenig vertrete. Und da kannst du heute eine große Entscheidung treffen, was dein Freundesfeld betrifft. Und da kommt Rosmertha und Abundance noch dazu. Fülle und Reichtum fließen jetzt zu dir. Stelle dich auf allen Ebenen auf Empfänglichkeit ein, damit dich das, was dich erwartet, auch erreichen kann. Und da haben wir nicht nur die Heilung, sondern wir haben das Potenzial deiner Schöpferkraft. Das ist jetzt so wichtig für dich, weil du da genau dann rückblickend auch wieder sehen kannst. Hey, du bist jetzt jemand, der für sich selbst auch entscheiden kann, für sich selbst sorgen kann. Und natürlich kannst du auch jetzt für dich wissen, wer ist ein guter Umgang und wer nicht. Diese Schöpferkraft gibt dir nämlich den Mut, zu wissen, was du brauchst. Und nicht nur, was du brauchst, sondern auch das Lebendige in dir wieder erwecken, was die Kreativität zurückgezogen hatte. Und da kommt jetzt der ganz, ganz wichtige Faktor für dich in deinem Leben, nämlich der Faktor Glück und Fülle. Fülle und Reichtum fließen zu dir, bedeutet nicht, dass du sie annehmen kannst. In der Heilung aber bist du bereit, alles loszulassen und somit auch anzunehmen. Kann sein, dass heute eine sehr, sehr hohe Frequenz mit dir arbeitet, um deine Gedanken und Verhaltensmuster ein bisschen zu bearbeiten. Aber es kann auch gut sein, dass du für dich in diesem Bereich den Mehrwert kennenlernst, wenn du auf dein Gefühl wieder hörst. Also deine weiblichen Aspekte, charakterlichen Aspekte hier auch wieder aufleben lässt und dich eben nicht versteckst vor dem Außen. Und da haben wir das große Geschenk von der lieben Aradia. Ja, hier geht es ganz klar um den Faktor, den wir jetzt schon benannt hatten, nämlich, dass du austrittst aus dem Schatten und reinkommst in dein Licht, dass du auch beginnst zu strahlen, dass du jetzt auch authentisch wirkst, dass ganz klar dein Umfeld sich dann auch neu sortiert, um eben in dieser Kraft dann auch sich entfalten zu können. Das gibt dir dann wieder die Bemächtigung zu sehen, wie sich Lernthemen von alleine lösen können, wenn du das auch wirklich willst. Und da siehst du schon, wer das unterstützt, der Engel, das Glück, das Glück ist mit dir, sagt nichts anderes wie, dass alles schon da ist. Du musst dich nur trauen. Die Problematik dabei ist immer, dass man sehr, sehr schnell übermütig wird, weil man zwischen zwei Extremen hin und her springt und nicht in der Balance bleibt. Diese Balance hat aber etwas damit zu tun, dich selbst zu lieben und dich selbst wertzuschätzen, aber ebenso auch dein Außen so wertzuschätzen, auch wenn es mal vielleicht die ein oder andere Blockade aufzeigt oder vielleicht mal Grenze aufzeigt, dass wir nicht übertreiben, der Engel des Glücks gibt dir dieses Glück mit heute ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür zu haben. Gerade wenn Aradia da ist und sagt, ich löse das für dich auf, ja, du musst dich nicht mehr knechten. Du kannst jetzt neue Glaubenssätze an den Tag legen. Du kannst jetzt für dich natürlich mit deinem inneren Kind mehr Frieden schließen. Du kannst für dich selbst auch mehr Frieden schließen. Und das ist natürlich mehr als nur Glück. Der Engel der lichtvollen Verbindungen ist auch noch dabei. Gute Nachrichten erreichen dich und das ist jetzt wichtig. Die guten Nachrichten haben nämlich einen ganz großen Einfluss und ein schönes Resonanzfeld für deine Entscheidungen. Gute Nachrichten erreichen dich. Das bedeutet wiederum, du hast so ein inneres Gefühl, dass irgendwas auf dich zukommt. Du kannst es nicht greifen, du weißt aber, dass es gut ist. Und das ist etwas, was du seit langer Zeit schon in dir trägst, aber bisher einfach noch nicht verarbeiten konntest. Jetzt weißt du, es geht um eine Nachricht und da haben wir mit dabei den Engel des neuen Morgens. Der eine Tag, der alles verändert, könnte heute sein. Und jetzt blicken wir mal hier zurück. Du gehst ja in deine absolute Unabhängigkeit wieder. Du gehst in deine absolute Selbstliebe wieder zurück. Baut natürlich auch darauf auf, dass du für dich einen großen Schritt in deine Akzeptanz machst. Aber was soll denn verändert werden? Wir haben hier ein Familienthema und der Engel der Fülle, eine neue Quelle öffnet sich dir. Das Familienthema und das Thema der Loyalität. Also, wahrscheinlich hat dir in der Vergangenheit immer wieder die Unterstützung, sei es seelisch, finanziell oder ganz gleich, wie man unterstützen kann, von deiner liebsten Familie gefehlt. Oder von deinen Freunden, die du Familie nennst. Es war auf jeden Fall so gegeben, dass da ein wenig die Diskrepanz eingeschlichen war. Deswegen kommt dir ja heute auch diese Thematik von den Drachen, die dir diese Energie mitgeben, die aber auch aufzeigen, dass alles wachsen kann. Und das liegt jetzt auch im Wachstum. Ja, also man sieht ganz klar die Fülle. Eine Quelle öffnet sich dir. Die Fülle möchte sich dir zeigen. Du musst nur lernen, sie anzunehmen. Und hier haben wir die Warnung des Tages. Der Engel der Zuversicht. Das, was du gerade denkst oder wonach du fragst, wird schon sehr bald geschehen. Ja, hier geht es aber um die Thematik Vorsicht. Was kommt aus dem Ego? Was kommt aus dem Wohl für aller Menschen oder aller Wesen, besser gesagt? Das für aller Wesen wird postwendend zu dir kommen. Das aus dem Ego wird dir genau im Gegenteil präsentiert. Denn Kontrolle sollst du versuchen abzulegen. Sehr, sehr schön. Es ist auch ein Tag, der dir aufzeigt, dass deine Gesundheit wieder stärker wird. Dein Körper wird stabiler. Dein System wird einfach vitaler. Und gibt dir dadurch auch wieder mehr Glück und mehr Lebensfreude zurück. Ja? Das ist etwas sehr, sehr Positives. Ja, für alle, die die Eins gewählt haben. Seelensphäre Orion. Es ist Zeit, deine kreative Seite zum Ausdruck zu bringen oder ihr Ausdruck zu verleihen. Lebe deine Schöpferkraft. Ja, das haben wir ja hier schon mit Rosmeta und Abundanz. Es ist wichtig für dich, dass du jetzt verstehst, dass die Projekte, die anstehen, auch dich kreativ wieder fördern sollen und vor allem, dass du neue Projekte starten solltest. Die Schöpferkraft bedeutet immer, dass du was erschaffen möchtest. Und dieses Erschaffen darf auch gerne heute beginnen. Und das ist schön, weil wahrscheinlich bist du jemand, der immer darauf aus ist, dass sich jeder mit jedem versteht oder dass es jedem gut geht. Du wirst schon merken, wenn du dich dafür entscheidest, du kümmerst dich um die Freunde, die dir wichtig sind und du wirst sehen, wer sich um dich kümmert. Da harmonisiert sich schon oder harmoniert dann schon wieder etwas, was du so bisher nicht in der Hand haben konntest, aber es zeigt sich positiv. Und wir haben Nummer 3, die Seelensphäre von den Lemurien. Spüre das Geschenk der lemurischen Kristallheilkraft in dir. Und hier haben wir die Heilkraft für den Weg deiner eigenen Vitalität. Das bedeutet also, du weißt, was du tun musst, um wieder zur Kräfte zu kommen. Nehme es an, lebe es aus und werde dadurch natürlich auch wieder glücklich. Ja, ein spannender Tag heute. Lass auf jeden Fall dein Like, Abo und Kommentar da. Und wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, schau gerne in die Videobeschreibung. Ansonsten wünschen wir einen schönen Tag. !